Diese Maßnahmen will er auch das Amt des Regierungschefs in Russland übernehmen. Es gehe um Russlands Zukunft und es gehe um Sein oder Nichtsein der Demokratie in diesem Land. An Argumenten fehlte es Boris Jelzin heute nicht, als er vor dem deportierten Kongress seine wirtschaftliche Rosskur ankündigte, um die Republik vor dem Ruin zu retten. Freie Preise, konsequente Privatisierung, ein neues effektives Steuersystem, radikale Einsparung.